Im Sommerhaus der Stars sorgte Gigi Berufio für einen großen Skandal, doch nun soll er sich persönlich bei Valentina Doronina entschuldigt haben. Kommt es zu einer überraschenden Wende? Gigi Berufio hat sich bei Valentina Doronina entschuldigt. Kommt es im Sommerhaus der Stars Krieg jetzt etwa zur überraschenden Wende? Valentina Doronina, 23, enthüllt rund vier Wochen nach dem Finale der diesjährigen Staffel, das kein geringerer als Gigi Berufio, 24. Nach der Ausstrahlung den Kontakt zu ihr aufgenommen habe. Ausgerechnet Gigi, der mit seinem Ausraster dafür gesorgt hat, dass Valentina und ihr Verlobter Ken Kaplan, 27, aus der RTL-Show geflogen sind, soll sich abseits der Fernsehkameras bei der Influencerin entschuldigt haben. Dabei zählt die Fede zwischen Gigi, Valentina und Ken zu einem der größten TV-Skandale in diesem Jahr. Nach den Dreharbeiten erstattet das Paar eine Anzeige gegen den Dschungel Kimsweiten. Im November liefern sich Gigi und Ken sogar einen öffentlichen Boxkampf. Du Eselgesicht, sei mal leise, heißt es damals noch von Gigi zu Ken. Doch nun scheint sich bei dem 24-Jährigen ein schlechtes Gewissen breit zu machen. Falsches Spiel enthüllt? Gigi meinte, er muss das ja machen. Im In-Touch-Online-Interview offenbart Valentina Doronina, Gigi hat mich mehrfach angerufen und war super freundlich zu mir und meinte, er muss das ja machen, damit die Leute reden. Weil die Leute das von ihm erwarten. Eigentlich sehr, sehr traurig. Klingt also ganz danach, als hätte der Ex-On-The-Beach-Star eigentlich gar kein Problem mit Valentina, sondern nur aufgrund der Meinung anderer gegen sie geschossen. Den Eklat im RTL-Sommerhaus, bei dem Gigi Ken gegenüber handgreiflich geworden ist, erklärt sich Valentina übrigens bis heute wie folgt. Man sieht, dass ich in den ersten Folgen eigentlich nur Ken verteidigt habe und direkt werden Sachen umgedreht. Aktion, Reaktion. Ich bin mit Sicherheit kein stilles Mäuschen, wenn jemand meinen Partner angeht.